es geht schon los ich wollte gerade bauten das ist doch gesehen dass du das machst was macht wer keine ahnung wo ihr seid ich kann nicht bauen ich bin ich bin so einfach ich habe noch wenn man ja ich spiele gar nicht das hat keinen sinn am besten johnny wenn er sich abschießt machen wir waren unsere treppe ja ich weiß aber ich bin voll aus dem game aus ich habe mein eigenes zeug abgeschossen schade ja noch brauchen wir dafür wechsel ich wechsle ich dinge wie wechsel ich materialien auf rechts klick oder so also es sind doritos das ist schon schon tot ja okay ja frech alter du wirst noch 50 gegeben was baust du ja ich habe dich nicht angeschossen ja ja ich ja ich ja ich ja ich ja ich nicht ich nicht ja ja aber keine muni ja moin 8 ich kann jetzt gar nicht mehr mit dem runter bauen und so ich weiß nicht wo er ist aber doch versteht weiß nicht ich würde stürmerfassung du kleiner wichser mit der tür wo bist du du hässlund doch wiss nicht mal du arschgeburt was hat denn alles was machst du hinter mir schon hä oh nein alle auf mich nix alle auf dich du warst voll frei ja Junge ich habe gegen ihn gerade gekämpft ja ich habe es gesehen ich habe auch auf ihn geballert anfangs bis er sich zugebaut hatte du nicht du bitch ja wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der gesperrt hat er dich geloot na was man auf meinem screen habe ich dich auch gehitert mit einem headshot das war eine millisekunde die das gerade entschieden hat aber auch erhalter ha ja spiel mein Name ist biel mein Name ist biel halt mutterfucker schau mal den 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 die 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 nicht auf mich ich wusste es kommt da steht ich habe es falsch ausgewählt ja ich habe das falsche ausgewählt gehabt wir haben uns glaube ich im gleichen moment gedacht wir laufen es los jetzt so viel zum nicht runter schießen da hält jemand das war mir klar dass er nicht tot ist und schwester fertig gewesen aber trotzdem jetzt muss ich